Oder nochmal kurz überlegt, ist der Ice Wizard das Richtige? Wenn so viele Leute ein Golem-Deck spielen und ein Dings, dann wäre eigentlich die Valkyre besser. Nehmen wir die mal mit, auch in der ursprünglichen Variante und starten das nächste Game. Es gibt irgendein Deck. Es gibt irgendein Deck, womit wir hier in die Top 3 kommen. Und das gilt es jetzt rauszufinden. Es geht weniger darum, dass man gut spielt, weil in dem Turnier spielen alle gut. Er lässt das Muskeltier durchlaufen, setzt seine Kobolde ein klein wenig zu spät. Und jetzt mal da noch einen guten Poison spell, ähnlich wie wir gerade platziert hatten. Wir setzen den Riesen gleich ganz nach hinten. Hätte ich früher einsetzen können, ich habe nicht darauf geachtet, dass die Elixierpumpe gleich schon wieder voll ist. Unnötig ein Elixier verschwendet. Oh, okay. Da haben wir einen Lava-Hund. Das ist okay. Ich werde jetzt nur Bodentruppen einsetzen. Und falls der Gegner sowas wie Minions... Oh Gott. Minipäcker ist am Turm, alles gut. So verteidigt man gegen den Lava-Hund. Viele Zuschauer beklagen immer, ich habe nichts dabei gegen Luft. Und ihr seht wieder mal, man braucht nichts gegen Luft. Ein Boden-Push ist immer besser als ein Luft-Push. Ich habe den Lava-Hund einfach durchlaufen lassen, der konnte nichts machen. Und gleich bevor er aufploppt, setze ich den Riesen ein gegen die Lava-Pubs, dass die den Turm nicht angreifen. Auch das sieht richtig gut aus. So verteidigt man mit einem Giant-Poison-Deck ein Luft-Deck. Und wir hatten jetzt hier... ...gar nichts. Oh, das sieht nicht gut aus. Die schalten sich gegenseitig aus. Ja gut. Der Inferno-Turm ist gesetzt. Der Inferno-Turm ist gesetzt. Das ist okay für uns. Den rechten Turm zu verteidigen gegen den Lava-Hund, es wird schwer. Wir müssen, glaube ich, gleich selber unseren Push starten. Erstmal das Musketier ganz nach hinten. Wir bräuchten gleich wieder den Riesen auf jeden Fall. Nochmal die Walküre dazu. Den Riesen hier hin mit den Guards und den Zepp. Sieht auch sehr gut aus. Jetzt kommt der Gegner mit seinen Minions. Ich tue hier das Musketier hin. Das könnte jetzt von der Seite dort aus diese erledigen. Hm, sieht das auch gut. Zwei Walküren am Start. Den Riesen direkt in den Inferno-Turm. Der sollte den jetzt... Ah, wir haben leider keinen Zap ready. Da schalten sich gegenseitig aus. Und zwei Walküren sind am Turm. Aber... Der Minipacker countert den natürlich gut. Ist jetzt nicht gerade das Einfachste. Das ist ein guter Zap. Da kommt der nicht weiter durch. Und dann ist das der Sieg. Dann ist das der Sieg. Okay. Hat funktioniert. Ich hätte jetzt noch auf den Three Crown Win gehen können. Hätte er den rechten Turm bekommen. Aber wir gewinnen gegen das Laber und Deck. Und wieder. Ich hätte auch... Auch wenn ich das Musketier nicht dabei hätte. Sondern irgendwie Skelette. Und ich hätte gar nichts gegen Luft. Gewinnt man. Weil ganz einfach... Weil ein Boden-Push immer mehr Durchschlagskraft hat als ein Luft-Push. Und ich sehe so viele YouTube-Kommentare. Äh, du hast nichts gegen Luft und sowas. Schreiben die dann da hin. Und... Ja. Ist aber... Ist aber okay. Ist ja aber vollkommen okay. So, der Gegner kommt mit einem Prinzen. Direkt die Guards in den Dark Prince reingesetzt. Und das sieht richtig gut aus. Oh, das ist so gut. So gut. Jetzt hier gegen diesen Spieler. Das freut mich. Poison Spare macht dort nicht allzu viel Sinn. Schafft es der Mini-Packer an den Turm? Oder was setzt der Gegner? Ja. Da habt ihr wieder gesehen, dass ich meine... Ähm... Einheiten direkt in den Dark Prince reingesetzt habe. Jetzt sneken wir noch ein Musket hier zwischen. Kriegt den Turm dort auch schon mal etwas gut down. Okay. Wie kriegen wir das jetzt hin? Erstmal den Riesen-Zirka hier hin. Ja, genau. Oh mein Gott. Ich setze den Sepp falsch. Ich habe einen Missklick letzt gesehen. Ich habe den Sepp irgendwo hingesetzt. Und den Sepp brauche ich jetzt hier so dringend. Und habe ihn nicht. Was für ein Fail. Heute war es glaube ich schon der dritte Missklick oder so. Wie unnötig. Wie absolut unnötig. Das kann doch nicht sein. Ich habe mich heute echt schon dreimal gemissklickt. Da komme ich mit dem... Ich ziehe die Karte dann mit dem Finger rüber. Und komme dann mit diesem kleinen Finger... Ähm... An das iPad. Und das registriert das als ein Klicken. Ist natürlich auch klar. Und dann... Ähm... Wird der dort hinter den King Tower eingesetzt. So ein... Mist. Völlig überflüssig. Und sein Deck wird so stark in der doppelten Elixierphase. Double Prince machen richtig Schaden am Riesen. Aber er kriegt... Einige Hits... Dort raus. Alter. Die Packers habe ich ja mal richtig alt aussehen lassen. Meine Güte. Die armen Packers. Alter. Was? Für ein Game. Der Gegner hat jetzt hier ein Double Prince Deck gespielt. Ich habe es erst zum Schluss gesehen. Unterstützt von einem Poison Spell. Von Pfeilen. Und... Von einem Kampfholz. Das war ja nochmal knapp. Wie viel Schaden macht sein Kampfholz? Hätte ich dann verloren? Macht das Schaden Kampfholz... Macht das 95 Schaden? 96 Schaden. Mein Turm hatte 95 HP und es macht 96 Schaden. Und ich hätte verloren, wenn es rechtzeitig angekommen wäre. Aber auch sein King Tower hatte dort nicht viel. Hatte dort nicht viel Leben. Sehr schön. Wir sind in den Top 3. Und das gilt es jetzt noch. Eine Stunde und 20 Minuten lang zu halten. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 0네? Wir sind in den Tful.